ich brauche ja eigentlich kein brot mehr abreißen ja ich brauche eigentlich kein brot abreißen ja wo verschwinden dann die trümmer aber jetzt erst mal das wichtigere ich brauche da wird ja hier gold ein doch 12 oder lage der hier ist gut hier der lager hier dann die schlusserei schmiede münzbrüherei wachstube nein der hat jemand ihr habt kenny getötet ihr schweine wachtturm straße so kann ich angreifen ja komm dann sparen wir uns doch hier den wachtturm das ist eine wachtstube ich habe einen wachtturm wäre trotzdem cool wenn ich stärkere soldaten hätte genau ich wollte hier hinten jetzt dass ich da bauen brauerei und was war das andere schlosserei altenkönigste brückerei na die brauche ich heute nicht ne eigentlich war es nur die brauerei die ich brauche heute ich habe jetzt schon längst eine münzbrüherei haben können ein bisschen mehr aber da habe ich ja kohlebergwerk war hier nicht auch noch kohle ich glaube wohl holzula hier der holzfäller ist fertig abbreisen über eisen eisen brauche ich nicht fahren abbreisen es ist aus 30 prozent und 25 prozent ja es ist egal ich brauche halt nur ein paar esel ich probiere trotzdem noch mal was muss ja wissen wo ich was bauen kann schauen wir einfach mal ob der da getreide anpflanzen kann menschfrüherei läuft kommen hier schmiede putzung stoppt schlosserei putzung stoppt ich habe eigentlich genug zeugs werkzeuge also dass die produktion wussten alle waren nicht eingelagert habe verzeuge brauche ich nicht wirklich aber ich habe genug werkzeug ich habe genug waffen angriff wo sind meine truppen 1 2 3 die kommen auch schon alle nacheinander das ist römer was mit kampf formation 1 2 3 die vor das blöde gebäude hier noch verbessert mich dann noch mehr gegen zu bekämpfen ich sollte so viele soldaten meine sind stärker oder auch nicht seien sind stärker aber den kann verliere ich den kann verliere ich verliere ich bin doch noch wachtturm kann ich nicht wachtturm 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 das war komm mach den plat waaah ich hab verloren doch schnell den wachturm reichen durch material einlager ja er wird fix gebaut nach da ist noch ein bisschen länger aber ist ein weg halt gespart kann den auch ausbauen ausbau wegen platz machen nicht möglich ja super katapult katapult ich brauche doch noch eine baracke der saufsack die soldaten nachschub ist knapp soldaten die kann mich soldaten hier ausbilden soldaten hier ausbilden an der war schon wieder schneller das kann nicht wahr sein baracke straße die ganze sache hier noch verliere hier kann ich er braucht er noch eine neue baracke aber ich mir jetzt schneller vielleicht kann ich den naja ich versuche den angriff der verteidigt auch mit der scheiße der greift mich an jetzt verliere ich scheiße spiel laden hatte mal autosale aber ich war das bevor ich meine leute losgeschickt habe ja bevor ich meine leute losgeschickt habe gott sei dank ausbau im gang hier muss ausgebaut werden kommt schneller hier wachschuhe ausbauen und gold müssen bekommt ihr ja hier die politik verbessern sich doch schon fahne geologen aus den kohle kohle werkwerk fahr anzlitz plus mal kurz verlangern dann baue ich doch noch bisschen nao ne ... kein bauer noch ich will windmühle Hier baue ich Bäckerei und hier baue ich, muss ich sehen, hier kann ich vielleicht noch eine Brunnen, keine Brunnen, noch da, ja, der kann auch noch da, baue ich hier die Windmüll dahin, so, da kann ich die abreißen, und hier kommen kann er, doch, einiges besser was, ja, wie ist eigentlich die Mundsposition ausgelastet, für 80%, da brauche ich hier eine zweite Münzbrüherei, und hier noch eine Fahne, damit ihr auch schnell transportieren, so, Kohle, viel, wir können nichts bauen, ich kann ja auch nur sowas bauen, nein, ich baue da, was Kohle weg wäre, Gold, Peel, ah, nicht Kohle, ja, ah, so, Ha, hab ich ein bisschen Gibi zurückgeholt, und der ist jetzt noch ein Wachtturm, aber hab ich auch hier, oh, Baracke, Straße, nach da, geht nicht, geht nicht, nach da geht die Straße, gut, ähm, ich brauche Steine, brauche ich, aber hier oben ist mir egal, da kann aber ich ein bisschen ein Gebiet zurückholen, da habe ich ja die zwei, die mich davor schützen, auch trotzdem, da hinten sind Steine, Baracke, Straße, und natürlich kann ich hier nicht weiter bauen, ja, super, anweisen, ja, anweisen, wenn ich die hier oben setze, so, dann wird die Straße, sonst komisch gebaut, so, und da, 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 so, dann komme ich an die Steine dran, hier kann ich mich nicht weiter ausdehnen, vielleicht doch, Straße macht da, ja, ich brauche Steine, obwohl hier habe ich noch genug Steine, na, besser zu viel oder zu wenig Steine, na, wachstube, ausbauen, kann ich mich ausbauen, kann ich auch nicht ausbauen, so, ja, langsam wird es hier kritisch, Bauernhof, der kommt gleich weg, ach, da reist auch Gebäude ab, die Baracke ist fertig, schön, 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 kurz auf ein, und ausbauen, hier noch ein Katapult, wenn ich mir manchmal Problem bin, darf ich erst einmal da tun, nee, aber ich war aber wenn ich das nicht eine Frage habe, ich Frau ceremonies, aber rocksits uste, Karten, kommt gleich ein Boxhus, du siehst, das Ganze Rest, das Ganzeame Quizentarpreis geht zurück, ne, ähhhhh globale Übersicht, wie viele Esel habe ich denn, ach das ist ja bei Leuten, Null aber werden Esel hergestellt, dann ist das schon mal gut, das ist ja hier kann ich mal bergwecke setzen, das ist ja blöd hier kann ich mal eine Baracke, ah der Steinbruch, der muss weg, abreißen, ja ich hoffe, dass ich hier rüber kann und da, bis ich gleich ein bisschen weiterkomme die Baracke ist aufwärtig Wachstube, Wachtturm hier habe ich hier, Generäle, sauber jetzt zähle ich einfach mal ab, Spiel speichern Mission 2 mit allem was ich habe, 11 Leute Angriff ein paar Generäle dabei, muss doch mal passen oh, was los Häschen ja, hier, versuch mal damit ja, hier ja, von mir ist so das, ne wie schmeckt das? schmeckt das lecker? willst du mehr davon? ah, nicht in den Finger beißen ablecken hey magst du doch nicht so sehr oh, meine Gülle machen die Platz ja das sieht doch mal hier besser aus denke ich ja, sieht besser aus das nehme ich ein ja, kann ruhig Truppen nachschicken wie blöd ich habe keine Rede dabei bei w Putz ja und eingenommen schönes ding da brauche ich das katapult gar nicht mehr oh ich will es mal testen kann doch noch ausgebaut werden goldmünzen voran hier brauche ich keine goldmünzen mehr der würde gesetzbar wacke ach hier unten na gut hier geht es noch ganz schön weiter dann brauche ich hier eine kleine baracke straßen noch da hier eine fahne da eine fahne gut ist na wie gesagt hier vorne gehen wir steine aus aber ich komme jetzt hier neu steine schön 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 straße nach da da bahne bahne sollte eigentlich hier alles ein bisschen schneller machen das ist das ist das ist das ist das ist das ist